Ziel war es, in der Montage bei ABRUG ein Schraubwerkzeug einzuführen, dass ein Drehmoment von 3400 Nm mit einer Toleranz von plus minus 5% genau anziehen kann. Musik Musik Das ist mit dem neuen Schrauber von Atlas Copco, dem neuen Revo Schrauber, vollumfänglich gelungen. Wir haben eine enorme Qualitätssteigerung und von der Schraubzeit sind wir ungefähr um das 6-fache schneller wie mit dem alten Schraubwerkzeug. Musik 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 Musik